Hallo Leute, da sind wir wieder. Hier wieder der Star Wars Kalender, mal von der Vorderseite gefilmt für euch. Ja, ganz schön. Ach, wer ist denn da? Leon! Hi, wie geht's? Gut, gut. Welches Türchen machen wir denn heute auf? Zeig mal. Türchen Nummer 11. Ey, cool! Eine Figur. Das ist doch der Pilot von dem Raumschiff. Von gestern. Von gestern, genau. Wann das gut, Mirom? Ja. Musik Gute Figur? Sieht so böse aus, ganz schwarz. Wollen wir noch mal das Raumschiff zeigen, dass er immer fliegt? Hier das Raumschiff in Mini-Version und dazu jetzt einmal der Pilot. Die gehen eigentlich zusammen? Nur, der ist ein bisschen zu groß und ein bisschen zu klein. Wird ein bisschen besser passen, wenn das Raumschiff größer wäre. Oder wenn er kleiner wäre. Aber cool, das gehört auch wieder zusammen. Zwei Tage hintereinander haben wir Sachen im Adventskalender, die zusammen gehören. Das ist hier nicht schlecht. Ist gut, oder? Ja. Ja, dann war es das schon wieder, Leron? Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht noch mal Gast mit dem Raumschiff. Auw!